Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den A-Team und zwar spielen wir wieder Golf-It und zwar bin ich wieder mit den anderen dabei. Hi! Hallo! Wir haben uns spontan auf die Raumstation geeinigt. Hat kein Neustand alles mögliche gebraucht. Ja, als ich noch sagen wollte, letzte Runde war es gut für mich. Da habe ich glaube ich mit elf Punkten ganz gut bestanden. Ach, das meinst du mit Hole in One? Ja, ich habe es verkackt tatsächlich. Ich habe es von gerade hingekriegt. Ich habe eben gerade das erste Loch alleine gespielt, habe es Hole in One geschafft, du brauchst jetzt drei Schläge. Sehr gut. Einwandfrei, fängt super an. Kaum ist die Aufnahme an. Malte gefällt es. Achso. Ja, vielleicht musst du auch ein bisschen Rampe benutzen. Du kannst doch jetzt echt voll heim reingehen. Achso. Der Gast ist so laggy zwischendrin. Ja. Vor allem, wenn man jemand anderen Zug schaut, ja. Ist eigentlich ganz gut, ja. Immer noch mit drei Schlägen. Ja, zwei, drei, 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 drei. Hättest du auch noch vier machen können. Hättet ihr ja machen können. Ah! Oho. Hallo? Hä? Ja, Kammer. Kammer ist so, bitch. Hä? Aber was macht ihr denn da? Ähm, Tätikinese. Oh, fuck. Ich glaub, sowas nennt man Gravitation oder so. Hab ich mal gehört. Es hätt so gut werden können. Aber ich hab verkackt. Ich sollte mich wieder mehr konzentrieren. Ja. Naja. Hauptsache, ich bin einmal Erster geworden. Ja. Oh mein Gott, du wirst einfach so durch. Hä? Oh. Verarschen, Alter? Was ist das denn? Oh, wie cool. Das hat nicht gereicht? Ach, komm schon. Ernsthaft? Komm ja nicht in diese Röhren rein. Soll ich auch nicht. Das ist keine Ruhe. Was ist denn jetzt so klar? Oh, jetzt. Oh, jetzt, ey. Boah, Digga, das war jetzt aber, ne? Ja. Will ich ja noch keinen Freund von. War schon wieder scheiße. Aber die Röhren klingen cool. Die machen ein cooles Geräusch. Ja. Toll. Das hat so gut angefangen. Ja. Ja, aber jetzt fängt es für mich gut an. 19, 11, 11. Noch ist alles offen. Runden haben gerade erst begonnen. Oh, wow, 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 wow. Aber die Map sieht doch cool aus, muss ich sagen. Einwandfrei, so Mustard, wichtig. Die Map sieht so spacey aus. Wir sind ja auch auf einer Raumstation. Ja. Oh, ja, die Blätter, das stimmt. Dann sind schon wieder alle Abkürzungen hier. Ja. Macht irgendwie so viel Sinn für mich. Hm? Nee? Ich glaube, der Versuch ist cool. Jetzt hat es geklappt. Ja, nee. Noch ein bisschen zu cool. Ja. Okay. Das war es dann mal wieder für mich. Oh, ich dachte, du nimmst einen normalen Weg. Oh, ich dachte, du nimmst einen normalen Weg. Sehr gut. Oh, natürlich komme ich da nicht rein. Neun Schläge, gar nichts. Kann man aufholen. Kann man aber neu anfangen. Die stampfen ja. Okay. Das ist jetzt nicht passiert. Sag mal. Geht's noch? Einfach dran vorbeigerutscht. Ich hab Flo überholt. Oh, wir müssen springen, oder? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen über das Wasser slideen. Okay. Nee. Ähm, ernst schon wieder? Ach, fang. Ach, komm schon. Das hätte jetzt auch funktionieren können. Was soll das denn jetzt? Malte. Tyler. Sag mal. Sorry. Das ist so cool. Oh, Mann. Okay, das... Okay, also... Ach, komm. Irgendwie ist die Lab gemein. Wenn wir für die Spiele nach dem Strack ein Parking. Ja. Jetzt ist der Tilt-Faktor eh gerade schon relativ hoch. 4 Cent. Oh, ihr habt alle 19. Ich hab nur zwei Schläge gebraucht. Was machen die Warp-Portale? Die schießen... Alter, Betty. What are you doing here? Nein. Hä? Ich hätte ja gedacht, die teleportieren, aber nein. Nee. Die spucken mich einfach wieder aus. Ja, und bei mir immer in die andere Richtung, also wieder zurück zum Start. Oh, knapp. Das ist gemein. Ich mein zu knapp. Flo, gleich stand. Ja. Ach, du Scheiß. Oh, Bitch. Ähm, was? Okay, läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Ich werd mir noch verrückt. Ich werd hier noch verrückt. Ich auch. Hör mal auf. Ey, komm. Also das letzte Stück ist sehr gemein. Geht vorher an die Neue. Ah. 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 Ah, Betty. Was geht hier denn ab? Jetzt wird's fies. Wer war das? Oh, Scheiße. Noch ein bisschen zu doll fluggen. Ja. Könnt ihr das nicht timen, oder was? Oh, sehr viel. Doch, ich hab's, ich hab's einmal getimt gekriegt, aber da ich zu viel Schwung drauf. Und das zweite Mal war ich einfach abgelegen von euch. Ah. Läger, wegen irgendeinem bin ich jetzt fast wieder am Anfang, also. Ja, wahrscheinlich hab ich dich angestupst. Nee, wir lagen da. Ja, und dann bin ich losgesprintet. Egal, ich bin jetzt wieder da, wo ich war. Alles gut, alles schief. Okay. Soviel zur Frage, können wir das nicht da... Ping-Pong spielen die hier mit mir? Du bist immer eine Sekunde zu spät. Alter, was passiert denn da? Ich konnte nicht mehr warten. Da waren die Sekunden. Ja, das ist noch aufzuholen. Ach du Scheiße, jetzt musst du noch die Laubgebläse timen. Ach komm, das war knapp. Das ist doch nicht wahr. Besser. Gemein. Malte! Oh. Mann, du solltest schon wieder drüber bin. Ach komm, ey. Wie ich manchmal bouncer, das kann man sich nicht ausdenken. Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Oh mein Gott. Oh Gott, Betty. Ich hab's geschafft. Ja, wer macht das erstes, ne? Ich will nicht, Malte steht da. Ja, mach. Nee, ich geh weg da. Ja, mach doch. Mach mir den Weg frei. Ja, jetzt mach doch. Wie, ich hab dich nicht weggeballert? Doch, ein bisschen. Dafür, dass ich einmal Vollgasen gegeben hab, war das schon ganz schön. Naja. Der war's mir wert. Oh Mann. Oh nee. Was das? Oh. Voll Karacho. Oh. Natürlich schaff ich's. Doch nicht. Ja, das war wieder zu schwach. Natürlich war das wieder zu schwach. Das ist doch nicht wahr, dieses Bouncen. Ich hasse dieses Bouncen, ey. Ich raff nicht. Jetzt wär er zu schwach. Das kann es ja wohl nicht sein, oder was? Na, geht doch. Äh, was? Äh, was? Alter. Ich folg dir. Okay, von hier aus könnte ich eigentlich direkt treffen. Oh, Glück gehabt. Wichtig. Oh, okay, got it now. Oh, Junge. Oh, Junge. Und nun wieder durch die Warps, oder was? Ach, komm. Mehr Schwung, okay. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Das ist ja wohl nicht wahr. Was denn? Oh, du bist da. Ich bin wirklich besser als vorher. Wieso? Wo willst du denn hin? Du musst da nicht lang. Hä, wieso muss ich dann lang? Du musst, äh, anders lang. Oh mein Gott. Anders lang. Hä, aber wie bin ich denn runtergefallen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ach, komm schon. Vorsicht. Du musst auch warten auf die Plattform. Ja, die war grad unten. Ach, weiße. Mal sehen. Und jetzt? Bei dir grad die Sirene? Bei wem? Ne, das ist im Spiel. Lol, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ernsthaft? Digga, ich hab fully, ich hab fully alle Schläge gebraucht, ne? Ne, ey. Also egal. Ich raff's auch nicht. Ich raff's auch nicht. Ich war fast fertig, aber jetzt bin ich runtergefahren und ganz unten. Ich bin einfach damit inseln auf den dritten gerutscht. Oh ja. Komm schon, bleib drin, ne? Oh, scheiße. Ich glaub mit voll Karacho, ne? Ich glaub mit voll Karacho, ne? Ne. Du springst zu weit sonst. Ja, voll Karacho ist zu weit. Oh mein Gott, das war nichts. Äh. Ich raff's auch nicht. Ich raff's. Ich raff's. Ich raff's. Und dann? Ich raff's. Ich raff's. ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr bedenkt sich da so ein scheiß aus ich kann das nicht mehr entschuldigung meine nachbarn und sorry tut mir leid ja danke auch gar nichts du hast komplette 14 gekriegt und ich bin trotzdem noch dritter scheiße timing digga timing timing ist alles natürlich war ich wieder runter ich bin gerade so fully concentrated das ist ganz schlimm wichtig knapp alter ganz knappe kiste die schwarzen löcher die machen das aber auch einfach random die machen einen fertig die machen einen fertig ich sag's dir wie es ist du musst halt den perfekten winkel treffen damit du den halt nicht reingesogen wirst ja aber das macht dann fertig ich gehe das was das macht mir jetzt mittlerweile oh äh what the habe ich mir auch gedacht so ein hartes glück so hart glück gehabt ja wird auch schon sagen dann hier putz und more betty putz zum morgen jetzt sehe ich nicht wo ich hin ziele ich werde wirklich aber das war auch die letzte runde die wir spielen ich glaube das wird nichts aber mach euch noch ein bisschen hast du noch ein bisschen was oh alter was hat die tyler getan ich bin wenigstens auf die bahn unter mir gefallen der rest ist mir egal wie 11 5 hoch man welche richtung wurde jetzt gerade geschleudert Einfach immer Pulli drauf. Sollt mehr. Oh, Glück gehabt. Oh, fuck. Oh. Oh. Ah, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh. Ich lerne auch nicht raus. Oh, nö. Doppelbegain. Oh, nö. Alter, leidings. Das hat ich wieder mal. Achso, ich wollte schon sagen. Oh, nö. Ach, komm schon. Mach die. Oh, zweite. Das ist aber mehr Schwung. Das ist nicht mehr. Hä, was machst du denn? Was ist mit dir denn los? Jetzt lass mich da hoch. Mach. Das war's. Ey, die schaff doch nicht. Sag ich ja. Ich will dich doch verarschen. Ihr wollt mich doch trollen. Was ist denn das für ein Scheiß? Wer hat sich denn so was ausgedacht? Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, interessant. Ist eigentlich voll cool. Ich will. Okay. 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 Oh, komm. Oh, da geht's runter. Oh, das war zu weit. Also nicht ganz so viel Schwung, aber schon viel Schwung. Nein! Wie gesagt, auf linke Maustaste könnt ihr euch... Könnt ihr... Springen. Springen, ja. Ach so? Funktioniert nicht. Scheiße. Ah, wo ist das? Pekka! Anstrengend! Oh mein Gott, mein Springen macht echt böse. Kann das alles nicht mehr. Hä? Ich hab doch! Oh. Oh. Der ist schon drin, ne? Ja. Malte ist drüber. Ich bin auch schon drin, ja. Ja. Oh, komm. Zwei Sekunden mehr. Hä, ich lacht doch. Oh, egal. Zwei Sekunden mehr, ey. Ja, nicht genug Zeit. Cool. Juhu. Oh, das war zu doll. Ja. Bei mir war's perfekt. Mensch. Oh, das war zu doll. Ich verschwende grad so Schläge. Und wieder perfekt. Uh. Mann, ich kann das nicht mehr. Mann. Wie bitte? Muss ich hin? Boah. Bobadidormann. Alter, dieses Space-Ding, ne? Das ist krass, ey. Malte! Ich raff das nicht. Oh mein Gott. Ich raff das nicht aufgehört. Fatty. Malte! Alter! Ja! Mach einen Ausflug, man! Wo ist das, fucky? Wo ist das? Hä? Ich check's nicht. Digga, wo müssen wir hin? Das reicht auch. Ich check nicht, wo das Loch ist. Ich hab's auch nicht beschrieben. Da ist es. Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's nicht gefunden. Ich verstehe es auch. Hier bin ich so lange in der Röhre unterwegs, dass ich nicht noch mal schlagen kann. Ihr da wartet, ey. Ich hab keine Schläge mehr. Ich hatte noch welche, aber... Ey, wir sind alle so hoch, ne? Alle über 100, das ist wild. Oh, Gravity. Oh. Nicht ganz so doll. Schöne. Okay, das hat gereicht. Und jetzt? Wohin? Ich glaub, da unten. Ich glaub auch. Okay. Scheiße. Ja, äh, voll. Alter, Betsy. Danke. Oh mein Gott. Face-Raumstück geworden. Oh mein Gott, das war zu toll. Alter, acht Schläge für den Scheiß. Diese Map ist wild. Ja. Aber was? Sehr gut. Ja, fasten. Sehr gut. Oh mein Gott, ey. Das ist doch eine Wahrheit. Natürlich. Und jetzt mit Carajo. 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 Sehr smooth. Es reicht nicht, oder? Oh mein Gott, es reicht doch. Tyler, wo chillst du? Oh Mann. Äh, ja. Eieieieiei, 115, 119, 134, 144. Ich glaub, das ist die Runde, wo wir die meisten Schläge hatten. Das ist schwer zu übertropfen. Auf jeden Fall. Holy shit, was war das für eine Runde? Aber ich hab die letzte Runde gewonnen. Wir können aufhören. Ist okay. Oh Mann. Eieieiei. Das war's jetzt auf jeden Fall. Eieiei, okay, du warst. Nicht mit ran. Ja, so vielleicht. Das war's jetzt auf jeden Fall von das A-Team. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei einem weiteren Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.